Was wäre, wenn alle Handys von der Welt verschwinden? Menschen würden wieder anfangen, sich mehr auf ihre Umgebung zu konzentrieren. Die Kommunikation würde sich ändern. Anstatt Textnachrichten zu senden, würden wir persönliche Gespräche führen und uns öfter treffen. Aber es gäbe auch Herausforderungen. Die Arbeitswelt würde sich verlangsamen, da viele von uns auf unsere Handys angewiesen sind, um Informationen zu erhalten und zu kommunizieren. Die Weltwirtschaft würde beeinflusst werden, da viele Unternehmen auf digitale Technologien angewiesen sind, um Geschäfte zu tätigen. Doch vielleicht würden wir auch eine Rückkehr zu einfacheren Zeiten erleben, wo das Leben weniger hektisch ist und persönliche Verbindungen wieder im Vordergrund stehen. Also, während das Verschwinden aller Handys sicherlich einige Herausforderungen mit sich bringen würde, könnte es uns auch dazu bringen, uns wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Menschen um uns herum und die Welt, in der wir leben. Vielleicht sollten wir öfter mal unser Handy beiseite legen und die Welt um uns herum genießen.